Peri Roden Schwarze Frucht Von Robert Corvus Es liest Peter Lonzek Prolog Einsam wie Sandkörner in einem Ozean treiben Sterne in der Leere des Alls. Zu winzig sind sie und zu klein ist ihre Zahl, um das Nichts zu füllen. Die aufsummierte Masse aller Moleküle im Universum erscheint lachhaft gering, verglichen mit der Endlosigkeit des Raums. Wäre sie gleichmäßig verteilt, man vermutete einen Messfehler, träfe man auf einer jahrhundertelangen Reise durch Länge, Höhe und Breite auf ein Atom. Angesichts der fürchterlichen Leere drängt sich die Materie zusammen, als suche sie Schutz. In Sternen, von roten Zwergen bis zu schwarzen Löchern, findet sich der überwiegende Teil davon. Ihre Helligkeit strahlt hinaus in die Finsternis, wie ein Schrei in der Einsamkeit. Planeten leisten ihnen Gesellschaft, als vermöchten sie die Sterne zu trösten, dabei sind sie es, die ihren Vorteil aus dem Licht ziehen, das sie bescheint. Mit den Photonen erreicht Energie ihre Oberfläche, die sich chemisch verwerten lässt. Moleküle verbindet und aufspaltet, bis aus Chemie, jenseits einer unscharfen Grenze, Biologie wird. Leben. Dafür akzeptieren diese Planeten die ewige Gefangenschaft im Gravitationsfeld eines Sterns, der letztlich, nach wenigen Milliarden Jahren schon, verlöschen und seine Schützlinge in der Kälte zurücklassen wird. Vielleicht wird er vorher zu einem Monstrum, das seine Fesseln sprengen will, einer Nova, die ihre treuen Trabanten verschlingt. Doch nicht alle Planeten wählen dieses Schicksal. Tatsächlich gibt es sogar mehr, die sich stolz für die Freiheit und damit auch für die Einsamkeit der großen Leere entscheiden. Fern von jedem Stern ziehen sie durch das All. Keinem Gestirn sind sie nah genug, dass ein Licht mehr sein könnte als ein winziger weißer Punkt im Schwarz. Sie sind schwierig zu finden, gibt es doch keine leuchtende Fährte, die zu ihnen führt. So sind die meisten Dunkelwelten stumme Bewohner eines Universums, das keinen Anteil an ihrem Schicksal nimmt. Sie bleiben für immer unentdeckt. Nicht so Styx. Milliarden von Jahren ist auch dieser Planet seinem Pfad fernab der Sterne gefolgt. Zwei Monde, lichtlos wie er selbst, begleiten den Weg durch die unendliche Leere. In einer Oberflächentemperatur nahe dem absoluten Nullpunkt hat sich ein Eispanzer gebildet, zehn Kilometer dick. Doch fern von allen Sternen erscheint der Planet für die Augen der meisten Beobachter dennoch nicht weiß, nicht einmal grau. Styx ist eine schwarze Kugel, ein Loch, gestanzt in den Teppich aus weißen Punkten, das bei der Annäherung anwächst, bis es das Blickfeld füllt. 13.000 Kilometer durchmisst der Planet. Das ist viel, gemessen an der Körpergröße eines Lebewesens. Das ist nichts, verglichen mit der Leere des Alls. Mit ein wenig Geduld wird der Beobachter bemerken, dass Styx Oberfläche zwar dunkel, kalt und leblos ist, aber nicht erstarrt. Die beiden Monde ziehen am Eis. Vor allem, wenn sie in Konjunktion ihre Kräfte vereinen, lösen sie Beben aus, Verschiebungen zwischen alten und frischen Schichten. Der Panzer splittert. Gezackte Bruchstücke schieben sich in die Höhe, 200 Meter weit und mehr. So stehen sie für Jahrhunderte, bis der Wind sie wieder eingeebnet hat. Wind? Styx besitzt eine Atmosphäre. Sie besteht primär aus Stickstoff und Sauerstoff. Wie ist das möglich? Ohne Vegetation auf der Oberfläche? Spätestens jetzt, ahnt der Besucher, dass diese Dunkelwelt Geheimnisse hütet. Ein weiterer Hinweis darauf sind die Bewegungen des Eises. Leicht berechnen Positroniken die Wirkung der beiden Monde und der Eigenrotation des Planeten. Doch diese Faktoren erklären nur einen Bruchteil der Verschiebungen, der zerklüfteten Formationen, der schroffen Gebirge aus Eis. Umso rätselhafter bleiben sie, je weiter sie sich an den Polen befinden. Etwas anderes muss der Erstarrung entgegenwirken. Vielleicht wird der Beobachter Zeuge, wie die Dunkelheit aufreißt. Wie sich eine Blüte in der Schwärze öffnet, orangefarben, rot und gelb, deren Licht das Eis in der Umgebung nun endlich in seiner weißen und blauen Pracht zeigt. Lava, die mit gnadenloser Wucht durch den Panzer stößt. Der Vulkanausbruch atmet auch Gase aus dem Kern des Planeten. Und Feuchtigkeit, die in der Kälte als frisches Eis abregnet. Es macht das Umfeld der Lava-Blüte zu einem Spiegel, als wollte es Dücks stolz vorzeigen, welche Pracht der Planet in seinem Herzen bewahrt. Oft jedoch erstarrt die Lava, bevor sie das Eis erreicht, denn nirgendwo liegt der Panzer auf dem Felsen des Planeten auf. Wenigstens 500 Meter trennen die starre Hülle vom Stein, an manchen Stellen auch 20.000. Dazwischen Wasser, flüssig gehalten von der Wärme, die aus dem Planetenkern aufsteigt. Ein Ozean, der Stücks bedeckt, geschützt vor der Kälte des Weltraums durch die Rüstung aus Eis. Hat sich der Besucher, von nun an wollen wir ihn Entdecker nennen, durch die harte Kruste gebohrt, zehn Kilometer weit, und diesen Ozean erreicht, findet er einen Garten voller Wunder vor. Am Meeresgrund strömen Flüsse, nicht aus Wasser, sondern aus Lava. Heiße Quellen, Gasen, Schwefel und andere Verbindungen aus, die, verbunden mit der Wärme aus der Tiefe, etwas schaffen, das in all seinen Formen Staunen und Demut auslöst. Leben. Wälder aus unterseeischen Fahnen, Fische, Plasmawesen, ein stabiles und reichhaltiges Ökosystem, präsentiert sich dem beharrlichen Forscher. Mag das glutflüssige Gestein der meisten Eruptionen auch erstarren und zurückbleiben, bevor es den Eismantel berührt. Für die heißen Gase, die aus der Tiefe aufsteigen, gilt das nicht. Sie schmelzen, kehlen in das gefrorene Wasser, drängen in riesigen Blasen aufwärts und nutzen zugleich den kleinsten Kanal an die Oberfläche. Befriedigt erkennt der Entdecker, dass er mit ihnen den Hauptgrund für die Bewegungen im Eispanzer gefunden hat. Die Sensoren seines Schiffes füllen derweil die Datenbanken. Intelligente Algorithmen sortieren sie, suchen anhand vielerlei Kriterien. Auch mit Blick auf ökonomische Rentabilität. Rasch werden sie fündig. Manganknollen, Eisenerz, beides in rauen Mengen. Kohlenstoff durch den enormen Druck tektonischer Kräfte zu Diamanten gepresst. Styx ist eine Schatzkammer. Den Entdecker, von nun an wollen wir ihn Vickor Bugasidov nennen, zieht es weiter, zu neuen Wundern, zu neuen Dunkelwelten. Er überlässt Styx dem elterlichen Konzern. Und schon eine Woche später verzeichnen die astronomischen Kataloge einen neuen Eintrag für Bugasidov Deep Exploits. Auch danach besuchen noch Entdecker den Planeten. Aber sie sind in der Minderzahl. Vor allem zieht es Ingenieure nach Styx. Sie schmelzen Schächte in das Eis und Tunnel und Kavernen. Denn es gilt nicht nur unter Wasserfahrzeuge für den Abbau der Bodenschätze in den Ozean abzusenken. Die Arbeiter müssen wohnen und essen und sie Hunger nach Gelegenheiten, ihren Lohn in Lebensfreude zu verwandeln. Siedlungen entstehen im Eismantel, wo die Kavernen die Wärme halten. Auch an der Oberfläche. Denn dort braucht man Stationen, die Frachtfähren beladen und Personenshuttle empfangen. Und auf dem Boden des Ozeans, wo die Arbeit zu tun ist. So sprengen nun zarte kleine Inseln aus Kunstlicht den Meeresgrund und die Oberfläche des Planeten. Doch die Schwerze dominiert weiterhin. Styx bleibt eine Dunkelwelt. Immer mehr kommen. Es sind nicht länger nur Ingenieure und Bergleute. Nun strömen Gastronomen, Glücksritter, Unterhaltungskünstler, Händler, Schatzsucher, Söldner herbei. Und auch konkurrierende Unternehmen. Bugassidoff Deep Exploits gestattet die Ansiedlung und verdient an den Gebühren für die Nutzung der Tunnel, der Schächte und der Verladestation, der Infrastruktur, die der Konzern aufgebaut hat. Manche wollen nur für ein paar Monate kommen, um Schulden abzuarbeiten oder für einen Traum zu sparen. Einige von ihnen bleiben. Auf Styx wird geboren, gelebt, gestorben. Nicht wenige meinen inzwischen die Dunkelwelt, wenn sie Heimat sagen. Sie haben die Tiere benannt, die Pflanzen, sogar die Monde. Obolus und Drachme heißen sie nun, wie die antiken Münzen, weil alle wissen, dass es die Sehnsucht nach Wohlstand ist, die noch immer die meisten Bewohner nach Styx zieht. Manchen erfüllt es mit Befriedigung, manchen aber auch mit Sorge, dass diese Sehnsucht zuweilen in Geschäften kristallisiert, die auf anderen Planeten, im Licht der Zivilisation, nicht geduldet würden. Nicht alle meinen den gleichen Traum, wenn sie von einer Zukunft für Styx sprechen. Erstes Kapitel Lichtwasser Die Schatten hellten sich auf und dunkelten ab, während der endlos erscheinende Schwarm von Leuchtfischen am Panoramafenster vorbeizog. Man konnte sich im Anblick der Tiere verlieren. Das Gewimmel füllte den gesamten Sichtbereich aus. Ballungen bildeten sich, was zu hellen Kugeln führte, die mit etwas Vorstellungskraft Sonnen ähnelten. Sie lösten sich wieder auf. Unterschiedlich schnell schwammen die meist schlanken Fische weiter. In der Dunkelheit des Wassers, 965 Meter unter dem Eispanzer des Planeten Styx, glichen sie damit Sternen. So uneinheitlich sich die einzelnen Tiere auch verhielten, so berechenbar war der Kurs des Schwarms. Er folgte den Schluchten der unterseelschen Gebirge, nutzte die äquatornahe Westströmung und umrundete Styx in 322 Terra-Standardtagen. In den 45 Jahren, seit die sonnenlose Dunkelwelt besiedelt worden war, hatte es davon keine Abweichung von mehr als drei Standardtagen gegeben. Die meisten Konzerne gewährten ihren Arbeitern Freizeit, wenn der Schwarm vorüberzog, die großzügigeren wie Jester Optimatrix und Bugacidov Deep Exploits sogar bezahlt. Elia Brun arbeitete jedoch auf eigene Rechnung. Er züchtete Kristalle auf seiner Farm am Rande des Charonschelfs. Niemand schrieb ihm vor, wann er schuften oder ruhen sollte. Aber wenn er sich freinahm, verdiente er kein Geld. Den Vorüberzug des Schwarms beobachtete er dennoch jedes Mal. Er war sogar ein Grund dafür gewesen, dass Jekita und er diesen Standort für die Kristallfarm gewählt hatten. Damals, vor 30 Jahren, als alles möglich erschienen, als die Abgeschiedenheit des Ozeans von Stücks ein Paradies für sie gewesen war, in dem sie ihren Palast errichtet hatten. Eine Burg mit blau schimmernden Mauern und Fenstern aus Transplast. Das Panoramafenster, das dem Druck in 1000 Metern Tiefe standhielt, hatte ein Vermögen gekostet. Und es war jeden Stella wert. Ein Aufblitzen im Schwarm ließ Brun aufblicken. Ein Raubfisch, der einem schwarzen Schlauch ähnelte, versuchte, Beute zu machen. Verästelte Entladungen flimmerten auf. Ihr Ursprung waren sich rasch gruppierende Fische mit Elektrozyten auf der Haut. Zwischen ihnen blitzte ein grellblaues Gitter und vertrieb den Angreifer. Der Schwarm bestand aus vielen Arten, die in ihrer Symbiose unterschiedliche Rollen übernahmen. Die meisten gehörten zu den Luxiten, wie die Ökologen von Stücks die leuchtenden Formen nannten. An anderer Stelle stießen drei der schlauchartigen Raubfische zu. Diesmal kamen die Verteidiger zu spät. Ein halbes Dutzend Luxiten wurde verschlungen, bevor die elektrischen Entladungen gewitterten. Der Blutrausch der Angreifer war nun jedoch so groß, dass einfacher Schmerz nicht mehr ausreichte, um sie zu vertreiben. Sie stürzten sich auf einen der Abwehrfische. Die Blitze, die von seiner Haut ausgingen, waren so hell, dass Brun die Schädelknochen des Räubers, der sich am tiefsten verbissen hatte, wie in einer Durchleuchtung sah. Gegen das zitternde Licht war ein menschlicher Schattenriss zu erkennen. »Weg da!« rief Brun erschrocken. Die süße Melancholie, die das Betrachten des Schwarms stets in ihm weckte, war fort. Dort draußen schwamm Regla, seine Tochter. Wäre er an ihrer Stelle gewesen, hätte er den Tauchgang nicht überlebt. Jedenfalls nicht in der leichten, sogar bauchfreien Unterwasserkombination, die sie selbst in einem Kilometer Tiefe trug. Bei Regla spülte die Pubertät ständig neue Optimierungen an die Oberfläche. Ihr Blut band den Sauerstoff auf eine andere Weise als bei gewöhnlichen Menschen. Ihre Augen brauchten keine Visorverstärker, solange nur ein wenig Glut in der Nähe war. Obwohl die einzige Auffälligkeit, die man bei flüchtiger Betrachtung an Regla ausmachen konnte, die bläuliche Pigmentierung ihrer Haut war, widerstand ihr Körper dem Wasserdruck so gut, dass sie selbst in dieser Tiefe nicht mehr brauchte als ein einfaches Sauerstoffgerät. In einem Anzug mit einer Wärmedämmung, wie sie für diese Umgebung üblich war, überhitzte die junge Frau sogar. Doch diese erstaunliche Widerstandskraft würde an den Stromschlägen der Abwehrfische ihre Grenze finden. Regla mochte sowohl biologisch als auch von ihrer Mentalität her eine Tiefseebewohnerin sein, aber hätte der Schwarm sich nicht bereit seit Jahrmillionen erfolgreich gegen die Kreaturen durchgesetzt, die im Ozean lebten, hätte es ihn gar nicht mehr gegeben. Optimierungen hin oder her. Den Elektrozyten hatte Regla auch nicht mehr entgegenzusetzen als die Raubfische. Du musst da weg, rief Brun, obwohl er wusste, dass sie ihn nicht hören konnte.